Wo bist denn du? What fake? Aus die 15 Sekunden, finden, 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 mitte, mitte, mitte. Gut, na jetzt. Mach! 3, 2, 1, los. Hallo und jetzt willkommen zu einer Runde Master Builders mit dem Ossi Ja. Und aufm Kommadierster und vielleicht bauen wir einen Krankenwagen. Scheiße, Iglo. Äh! Du bist hier schon gar nicht im Team. Hä? Ja, weil so eins... Ja, okay, komm, wir bauen einfach eins hin. Bis drauf. Hey, ähm... strony, oder? Oh, ne, Iglo, alter, bleh. Er, Villager hier frisst meine Erde. Ach ne, warum die eine Stille nicht fressen? Wäre da ein Biom, ne, Partikel-Köpfe. Ah. Stimmt! Ich kann gar nicht irgendwo. weil ich muss kurz googeln was macht denn du bist auch verknöde viel weniger fps jetzt mit dem neuen amd als wie hier ich habe hier 700 in der lobby nur 200 700 natürlich tun ich vielleicht noch einen screenshot machen ja 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 genau und wenn man Minecraft auf weil im Moment kein LS geht da der ja und bei dem steam läuft also alle glaube er ja kann ich aber ja nichts für das ist doch natürlich ich hab das ist so ein scheiß iglo, hey bist du alleine? ja aha du nicht? nein ich habe nur ein ja ist wirklich so Was ist das für ein Iglo? Was der baut? Was ist das für ein Iglo, was ich hier baue? Nicht du! Du scheine P- Lass mal schreien. Ja gut, das bringt mir aber nichts, dass ich hier einen Block ausheben kann. Warte, in das Iglo kommen... Ne, das darf ich ja jetzt nicht sagen, dann weiß es aussieht. Was macht der? Er kennt doch keinen Iglo, oder was? Ist das für ein Iglo? Geht doch spitzt zu, oder nicht? Wenn ich jetzt Bock hätte, aufschneiden würde ich jetzt sagen, okay, ich schneide am Anfang rein, was Ossi gesagt hat, aber ich habe keinen Bock auf schneiden. Weißt du? Wenn sie sich vergessen, bin ich hier ein Bild von einem Iglo ein. Aber wie ist so, macht der das dann hier so flach? Ein Iglo ist doch so, geht doch spitzt darum zu, oder nicht? Ja. Ja, was wollte er? Er war flach. Boah. Hat ein Intelligenz, Herr Rohner. Der passt ja. Halt die Klappe! Was macht der? Ich sage jetzt nicht, was es für ein Iglo ist, aber ich glaube, ich weiß es gleich. Nein. Braut ein Villager, geht das? Ich werde einfach für jedes Iglo mit einem... Schlechtbewerten, Alter. Da haben wir eine Chance. Dann hast du eine Chance. Nein, wie auch. Ich und mein schlauer Team-Partner namens... Köpfe. Äh, namens der... Keine Ahnung was, der haut zwar dort? Ähm... Ah, ja, geil. Ah, ja, geil. Mit den Köpfen kann man ja voll viel machen. Das ist kein Iglo, das ist ein Lagerhaus, so groß wie das ist, Alter. Ja, gut, meins, da könnte man schon denken, ne? Das ist alles so möglich! Du Opferknödel! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn, elf, zwarte, vier, so 15! okay das was ich machen will geht nicht aber da ich ein paar pluspunkte gewinnen will ich hoffe die bewerten alle nur nur scheiße also ich habe jetzt so viele tipps gegeben dass du es wissen erraten muss er baut eine lagerhalle genau so groß ist das was macht doch einfach ich habe nur noch eine minute und so ganz schnell oh okay um das sollte auf jeden fall eine 1 plus ja scheiße nein scheiße okay das sieht halt echt okay gut ja die iglo sieht eigentlich voll scheiße aus und in wenn ich bin naja aber kopf hoch mann was zeigt nichts und mann anwalt legt der 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 das ist ein der legt die berühmte schon immer was das ist sehr wohl scheiße aus soll ja der boden der boden schreibt ich habe es jeden einfach ein scheiß und schlecht nein das sieht aber ganz ehrlich scheiße ich habe glaube ich noch bewertet oder ich weiß nicht es kam eine tür ach so es gibt mir okay im chat gelesen was ist das für ein e-club bitteschön wahrscheinlich habe da die da wlan wer kennt nicht ja wieso klar ich glaube man auch wlan ja das hat auch vorgab zum kamin aber ja ja ist ok nicht schlecht weil das eis ich würde jetzt eigentlich was schreiben dazu aber macht doch ich glaube dann ist es äh ja gut ne oblox ja ist das mit eis finde ich nicht gut das ist eigentlich so aus eis ja ne willst du mit schnee machen ich kann immer noch ich äh ich auch nicht mehr hä was ist das ist einfach scheiße grauenvoll und bauwerk melden ne ok ach ne habe ich wieder auf die internetseite glaube ich äh nö muss man nicht äh ähm hä erstmal grauenvoll und bauwerk melden was soll das Wort bestätigen ey ich glaube ja genau ja genau wow ja genau äh wieso sagen gleich wieder zur nächsten runde oder ja ja so und wieder in der nächsten runde wenn ich teleportiert werde ah pfannkuchen hm lecker baum krone baumkro ey ich du warst das ist voll coole idee mit baum und baum und dann da rum so ne krone also ich hab krone ich hab baum ey ich hab mein plan ähm äh jetzt jetzt müssen wir bauen hier alter für einfallsreich ja ja ok mach mach ja mach ich auch jetzt kann man oben auf den baum nochmal drauf pflanzen oder ja voll coole idee von mir bang sieht auch voll hässig aus ja mach mal halt wir müssen unten die blätter gleich abbauen ja also wobei dann ja gut ne in echt wächst der baum ja auch nicht ganz gerade hoch so oder pass oder oder willst du noch höher ja mach noch einen ok ne 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 das wird dann zu hoch da müssen wir eine zu fette krone bauen ich weiß die da unten ab oder die blätter ja mach mal dann klick alter ey hab mein klick bot bin der klick bot dann läuft bis jetzt mal nicht wusste auch sie ist nur ein bot wir werden nur alle bezahlt das man hat auch mal die idee erde weg ah das machen wir ja die letzten drei sekunden du kommst nicht sicher und dann kannst du wetten dass es auch da noch bleibt also dass wir die vergessen die erde wegzumachen ich hoffe wir haben noch ein paar Äste noch dran oder sonst sieht es ja sonst sieht es öle aus aber jetzt müssen wir auch noch eine fette Krone ausstellen hm soo vor allem baga vange ja ah wie so passt jetzt so eine krone habe ich ja auch ich nehme die diamanten hat die nicht zu groß wir haben noch zwei minuten 40 das kann ich jetzt einfach mal nicht die 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 Seite einen kürzer machen Mimimi Symmetrie Fräulein mhm das ist voll sick aus wie Grüne mhm Symmetrie wenn ich bin mhm wenn ich um Symmetrie bin du sollst du gerade nicht zu machen also ne bleibt so Symmetrie also äh 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 Doktor Symmetrie nennt man dich auch gell Doktor Symmetrie nennt man dich auch oder äh auf der einen Seite achso ich weiß warum hehehe oooh oooh aber jetzt noch so unten so nen roten Teppich noch auslegen oooh das ist immer Trier alter das ist immer mehr Zeit gar nicht hehehe es ist immer mehr Zeit gar nicht dann hätten dann hätten dann hätten hehehe hau hier noch schnell ne Wand rein oce äh 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 Wohin? Wohin denn? Hier hoch, hier oben. Ja, wohne Wand. Ja, ganz schnell hier hoch. Na, bau doch mal. Was? Was? So, guck mal. Da freuen die sich, wir gewinnen auf jeden Fall. Nein, 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 nein. Hallo Leute, Leute, Leute. Wunderschön. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Einmal ein paar Sätze rumpflanzen, kann ich auch. Und du sagst, uns ist nicht einfallsreich, ja? Keine Mühe. Keine Mühe, ist halt so. Stimmt halt. Ah, jub. Ah, ja. Ähm. Ah, das sieht schon... Kornvoll aus. Ich bin ganz ehrlich, was ist das? Geil. Baumhaus. Da sind dann, Alter. Baumhaus. Das ist ein Baumhaus. Ah. Ja, das stimmt. So. Du dummer Spächt. Oh, scheiße. Ich hab jetzt, glaub ich... Ich hab gleich... Schlecht, schlecht Spächt. Ich hab, glaub ich, grad ein Super gegeben aus Versehen. Ähm. Das ist auch schlecht, oder? Ja, einfach Sätzlinge, Sätzchen gut. Hä? Ja, ich glaub, bei uns ist das Best, oder? Bis jetzt. Äh, das glaub ich ja, bis jetzt auch. Äh, das hat ja eine Runde. Ja, alle, geht her, komm bitte. Alter, das, das ist das Premium. Äh. Mit dem Magen und dem Zipf. Mann. Fuck, auf alle sind hier oben. Nein. Super. Ja, so... Äh, ich glaube, er... Das ist einfach nur Scheiße. Die haben alle einfach nur Sätzlinge platziert. Echt so? Das könnten wir halt... Äh, 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 äh. Ja, guck mal, genau, ist geil, ist unverblättert... Ja, okay, das... Ja, okay, das ist... Der ist gut. Ja. Jetzt kommt's, das ist ein Punkt, der das ausmacht. Ich geb' okay, damit wir einfach den Punkt mehr haben. Bitte, bitte. Ich verschraube die da unten was mit arbeiten, Alter. Das ist genauso. Was ist das? Das ist einfach nur schlecht. Von innen ausgeholt, wow, Das ist halt okay. Nee, eigentlich schlecht, weil das andere, die es hier gebaut haben, besser aussah wie der. Ey, seid wirklich einer der Besten, oder? Ja, glaub ich aber auch. Ach gut, der war alleine. Was? Was? Sind zwei Ufer. Na, ich würd nur sagen, das war's mit diesen, äh, diesen zwei Runden Master Builders. Wenn ihr euch gefallen habt, gebt ein Like, Abonnen und Kommentar, schaut beim Ostern vorbei und wir sind beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Ciao, ich kann's nicht glauben. Wir wollen eindeutig besser! Ciao!